Ich bin großer, großer Fan von Unabhängigkeit und von Freiheit und von Flexibilität und deshalb liebe ich Online-Coaching so sehr. Ich habe mich lange Zeit dagegen gewehrt, ganz ehrlich, aber ich habe jetzt in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass ich es auch online schaffe, Menschen zu berühren und sie wirklich in kürzester Zeit auf ihren Seelenweg zu bringen oder ihnen den Seelenweg zu zeigen. Und was ich einfach im Online-Coaching liebe, ist, dass ich persönlich relativ direkt verfügbar bin. Das heißt, oftmals rufen Menschen mich am Abend an oder vereinbaren einen Termin und wir können schon am darauffolgenden Tag einen Coaching-Termin vereinbaren und das finde ich einfach super, super lässig. Weil so ein Online-Coaching, ja, das kriege ich immer irgendwie dazwischen, es sei denn, ich bin jetzt gerade mitten in der Ausbildung. Aber wenn du jetzt ein Thema hast, wenn du jetzt ein Problem hast, was auch immer das ist, das kann in einer Beziehung sein, das kann beruflich sein, das kann sein, dass du an dir zweifelst, dass du gerade das Gefühl hast, Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit mir, ich will doch endlich ankommen und ich lese so oft was vom Seelenweg. Was ist denn mein Seelenweg? Was ist denn mein Talent? Was auch immer gerade dein Thema ist, ich bin für dich da. Die Frage ist, bist du für dich da? Wenn du für dich da bist und wenn du das Gefühl hast, jetzt muss es sein, jetzt will ich raus aus diesem Loch oder aus dieser Ratlosigkeit, aus dieser Hilflosigkeit, dann geht es super, super fix. Du gehst jetzt einfach auf die Anmeldeseite, füllst alles aus, drückst auf Absenden und schwuppdiwupp melde ich mich und wir vereinbaren einen Termin. Das ist wirklich so, so easy. So oft hadern Menschen mit sich, Hilfe anzunehmen. Sie denken, sie kommen alleine raus aus diesem Loch und hey, es ist nicht so, dass ich das nicht auch kenne. Und wie hilfreich ist es da, wenn jetzt jemand an deiner Seite steht, wenn jetzt jemand dir eine Lösung anbietet für dein Problem. Und darum geht es doch, wir gemeinsam, wir wollen gemeinsam eine Lösung kreieren. Und wie gesagt, ich kann es nur sagen, auf den Punkt jetzt einfach anmelden und dann hast du vielleicht morgens schon die Lösung für dein Problem. Ich bin für dich da, wie gesagt, bist du es auch. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Franziska.